Was lehrt mich der Wind? Was lehren mich die Bäume? Was will der blaue Himmel die Unendlichkeit mir vermitteln? Können wir es genießen, die Natur zu sein, der Natur näher zu sein als sonst? Immer wenn wir Sprache verwenden, wenn wir Bewusstsein verwenden, trennen wir uns. Wir sprechen, wenn wir Sprache benutzen, über etwas. Und wir sprechen nicht von unserer Erfahrung mit diesen. Ich drehe das Ganze um und beginne, die Welt oder mich aus der Perspektive der Welt zu verwirklichen. Und das braucht Übung. Das braucht Praxis. Ich drehe das Ganze um und beginne. Der Einstieg in den jetzigen Augenblick ist, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Und genau da, wo ich bin, so ist es. Womit ist euer Geist in diesem Augenblick beschäftigt, während ich zu euch spreche? Wenn ihr mir nicht zuhört, kehrt ihr sofort zu eurem Praxisobjekt zurück. Ihr kehrt sofort zu eurem Atem zurück, sofort zu eurer Haltung. Lasst den Geist nicht abschweifen. Wir bemühen uns, unserem Praxisobjekt oder unserem Objekt unserer Praxis immer nahe zu sein. Wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit gerade jetzt? Jetzt hier. Jetzt hier. Ich bin mit meiner Aufmerksamkeit. Ich bin mit meiner Aufmerksamkeit. Jetzt hier. Vielen Dank.